einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video und diesmal der hardware check zum hana 20 pro wollte ich eigentlich schon früher machen aber einige von euch haben es ja gesehen dass ich benutze weil ich habe das unboxing und hands-on habe ich noch nicht online geschalten da kommt wenn das hardware video kommt an den gleichen tag online ihr werdet auch irgendwo werbung sehen weil ich das gratis zur verfügung gestellt gekriegt habe für den test und ja ich muss jetzt zurückschicken und viele haben gesagt weil ich gesagt habe ein paar mal ich möchte meinen vertrag verlängern und will mir p30 oder p30 pro holen und haben viele gesagt warte mal ab und vergleich die mal und sag mal denn deine meinung dazu das habe ich jetzt gemacht ich habe mein p30 pro jetzt knappen monat vielleicht ein bisschen über monat in benutzung und ich hatte das hier auch ein paar monate in benutzung der tana 20 pro und jetzt kann ich euch da ein bisschen mehr zu sagen optisch sagen wir fangen erst mal optisch an optisch ist der einzige unterschied also die einzelnen unterschiede die optisch sind also die farben die gibt es halt in verschiedenen farben ich habe hier aurora beim p30 und hier halt lila das hat da stand meine da stand meine frau total drauf das will ich haben das p30 hat wie heißt das edge das ist hier an der seite so abgerundet so sieht man es vielleicht ein bisschen besser und ist ein stück größer als den hannah aber wartet mal ich mach mal so da könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen also minimal größer das p30 hat kaum rand das hannah hat ein bisschen mehr rand könnt ihr vielleicht so ein bisschen besser sehen beide liegen sie aber gut in der hand beide haben auch mit der kamera dass die so ein bisschen rüber steht da ist das hannah so und da ist das p30 da würde ich euch raten macht so ein glasschutz drauf ich habe auf dem p30 pro sieht man das so sieht man das vielleicht ein bisschen habe ich so ein glasschutz drauf der hat auch nicht viel gekostet 5 6 euro 10 euro ich weiß es gar nicht habe ich bei amazon gekauft zwei stück oder ihr holt euch ein case es war hier kein case mit bei beim p10 damals war ein durchsichtiger case mit bei beim p30 nicht beim hannah ich weiß nicht ob es weil es ein pressemuster ist deswegen kein case mit bei war oder ob es allgemein nicht mit bei ist war auch kein case mit bei aber von anfang an so mit so einer schutzfolie ja die habe ich auch dran gelassen die ganze zeit weil ich keine schutzfolie extra kaufen wollte und ihr seht ihr habt das hat echt gelitten in der zeit weil ich hatte eine rosentasche katz überall mit bei also dann empfehle ich euch holt euch so ein panzer glas ich werde mal link in die video beschreibung machen so war die post habe ein paket für nachbarn angenommen so wo waren wir stehen geblieben ja also optisch vom außen unterscheiden sie sich halt nur durch die größe edge kein edge ach und die notch beim p30 ist sie in mitte und beim hannah da auf der linken seite wobei ich das auf der linken seite so ein stück besser finde ich habe jetzt aber nicht überprüft das weiß ich jetzt aus dem kopf gar nicht ob das hannah auch ein ein benachrichtigungs led noch hat da habe ich ehrlich gesagt die ganze zeit gar nicht nachgeguckt komischerweise und beim p30 fehlt mir das kann ich euch jetzt so nicht sagen so dann kommen wir mal zur software so einstellungen system über das telefon da sind sie eigentlich so gut wie identisch system über das telefon so beim huawei setzen wir weiterhin auf emi als betriebssatz system also über android der launcher sozusagen emui emi keine ahnung bei beim hannah ist es magic das ist wichtig weil die dadurch unterscheiden sich noch mal wo man dann nachher noch dazu kommen abbrechen so also so beide haben android 9 drauf beim hannah ist es emui version 9.10 und android 9 beim magic bei quatsch beim beim huawei beim p30 und beim hannah ist es wo haben wir da android 9 und magic version ist 2.1.0 also ob da jetzt noch android 10 kommt oder ob sie durch das updaten von magic noch sachen hinzupacken wie jetzt den dark modus wo wir gleich dazu kommen werden weiß ich nicht das kann ich euch nicht sagen so dann fangen wir mal an so beim cpu haben sie beide in huawei kiren 980 cpu verbaut beide haben 8 gigabyte ram was der telefon extrem schnell macht also wenn also ich habe auch keine haker oder irgendwas ihr habt kommen wir nachher dazu äh telefonspeicher ist beim p30 bei mir 128 gigabyte beim hannah habe ich jetzt hier 256 gigabyte die auflösung ist bei beiden exakt gleich es sind 2340 x 1080 pixel android sicherheits patch ist bei beiden drauf von vom 1. november 2019 so dann gehen wir mal zurück 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 dann kann ich euch das mal zeigen mit dem dark modus also so kennt ihr das ja und der dark modus soll ja erst mit android 10 kommen soweit ich gelesen habe ich bin jetzt bei einstellungen drin und beim p30 pro sieht das so aus ja also man kann auch die die schrift und die icons größer machen aber alleine wegen dem dark modus ja ich habe es beim p30 pro getestet weil viele nachgefragt habe ob das wirklich so viel ausmacht ja also ich komme mit dem p30 pro dark modus wenn ich den eingestellt habe und youtube videos gucke e mails beantworte in whatsapp bin nachrichten kriege videos kriege sprachmitteilung kriege im telegram drin bin auch links teile im telegram in meinem newskanal einfach mal in der video beschreibung gucken komme ich locker zwei tage mit hin habe ich den dark modus nicht drin ich habe auch alle apps wo geht auf dark eingestellt telegram und hast nicht gesehen youtube und so habe ich den dark modus nicht drin und bin bei einstellungen öfters drin oder in der galerie die sieht dann nämlich auch so sieht man da irgendwas dolles die ist dann nämlich auch schwarz das spart unheimlich akku da komme ich anderthalb tag mit hin wenn es nicht im dark modus ist wenn es im dark modus ist locker zwei tage und das finde ich sehr beeindruckend wenn ihr jetzt guckt ich muss mal hier volle licht power machen so beim p30 pro finde ich den weiß wert also ich habe exakt hier die gleichen einstellungen vom display also standard ich habe man kann auch noch das bild mehr in den grünen bereich mehr im roten bereich man kann film modus und was weiß ich alles einstellen ich habe jetzt auf beiden standard drin und da ist der weiß wert beim p30 pro mehr satter also ich weiß nicht ob über kamera ihr müsst euch einfach den den chrome browser angucken da seht ihr das ich weiß nicht ob es über kamera so gut rüber kommt aber ich glaube eher nicht ähm ich habe keine ausfälle gehabt also ich kann hier swipen wie ich will beim huawei und beim beim hannah da ist kein unterschied beide funktionieren wirklich extrem schnell und ich bin wirklich von beiden sehr 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 begeistert meiner frau hat halt das lila nicht gefallen will ich haben will ich haben will ich haben muss ich leider zurückschicken die wollte sich das schon mopsen ähm so ähm was waren wir genau bei software also der weiß wert ist hier halt beim hannah etwas höher ähm so grafisch würde ich jetzt eher keinen unterschied einläuten ne doch ihr seht ihr guckt euch mal die die huawei app galerie an hier ist es 1 2 3 4 beim hannah ist es die vierte zeile ganz rechts und beim ne beim huawei beim hannah ist es erste zeile zweite icon da seht ihr dann zum beispiel auch ein unterschied vom rotwert dass es hier halt ein bisschen mehr rot ist und hier ein bisschen ausgeblichener wirkt aber das ist wirklich der einzige unterschied man kann das mit justieren der farbe ein bisschen ausgleichen aber trotzdem bleibt das hannah vom bildschirm äh kräftiger mit satteren farben bleibt ein bisschen also bleibt ein bisschen besser wir haben hier auch fortnight drauf beim hannah ja der installer der war gleich schon mit bei ähm da gibt es auch ein skin also gab es ein skin den habe ich nicht gekriegt ob der vorbesitzer also der pressemann der hat vorher benutzt hat sich den geholt hat oder so weiß ich nicht ich habe den jeweils nicht mehr gekriegt so äh aber sonst ist eigentlich alles identisch also ich hab warte mal ich öffne mal die app galerie dann könnt ihr das sehen äh wo haben wir die app galerie äh quatsch die normale galerie hier seht ihr das dann halt wenn es nicht im dark modus ist komplett weiß ja und achso jetzt weiß ich was ich euch zeigen wollte so beim p30 haben wir hier unten mehrere icons zum bedienen beim made quatsch made beim hannah haben wir nur drei moment meine frau ruft an so jetzt war die post für mich also dial bei uns kommt also habe ich auch im stream schon ein paar mal erzählt bei uns kommt post und dial aber ja so ähm was doch bei beiden funktioniert ist jetzt äh zum beispiel ich weiß nicht zählt nicht unter gesten geht zählt unter vereinfachte steuerung also wenn wir jetzt hier ich zeige es euch mal am hand vom äh p30 pro wenn wir jetzt den lautstärke knopf muss man im menü einschalten gedrückt hätten muni hat er einen anderen namen genommen ich habe mir das versprochen das muss ausgeschaltet sein dann einmal drücken lautstärke leise bis bling macht und dann loslassen mutti und dann wird meine mutter angerufen so ausmachen so was auch bei beiden funktioniert ist ähm die spracherkennung also wir haben jetzt nicht nur ok google ok google hier also das war halt zurückgesetzt deswegen ist das hier halt noch nicht dran äh google hat dieses ergebnis ja ist ja schön so und bei beiden funktioniert auch äh die der sprachassistent also hier ähm magic und hier emmy also emmy ok emmy wo bist du und dann haben wir hier dann sowas dann können wir das halt schnell finden also wenn es halt so rum ist wird es hier halt bunter lauter und äh wenn es so drauf ist also auf dem bildschirm liegt haben wir immer noch die fotoleuchte und das wird immer lauter so das funktioniert hier auch ähm man kann die sprachsteuerung ich habe es versucht nicht sagen einfach nur hi emmy oder hallo emmy oder irgendwas das funktioniert nicht es funktioniert nur mit dem was vorgegeben ist das muss man halt dreimal wiederholen und hier ist es dir honor dir honor dir honor dir honor vorhin hat es noch funktioniert dir honor dir honor dir honor wo bist du wo bist du wo bist du also das funktioniert genauso und hier foto leuchte die ist halt jetzt nicht so kräftig wie beim p30 ähm er erkennt deutsche sprache also wo bist du aber dir honor muss man sagen also das ist wenn man nicht so gut englisch kann wie ich dann ist das echt beschissen aber sonst äh ja nichts ähm ich hatte auch beim 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 hannah hatte ich auch irgendwie gestensteuerung die habe ich deaktiviert die hatte ich auch hier drinnen so also ich habe ja wie gesagt beim p30 jetzt hier unten die drei äh die vier äh äh icons was beim hannah so der reihe sind und ich hatte auch die gestensteuerung dass man einfach nur so wischen musste über den bildschirm aber da habe ich dann nicht immer von unten gemacht oder nicht von teilweise von der mitte nicht gleich richtig am anfang vom bildschirm so rüber geswiped und da hat es dann meistens nicht so funktioniert und ich fand das eher umständlich als äh nützlich beim hannah sind die halt immer da ja beim p30 pro so kann ich die halt weg machen und dann sind die weg und wenn ich dann einfach so mache sind sie wieder da und dann kann ich hier das icon drücken zack ne da und sind weg funktioniert alles wunderbar so ähm ich habe mit beiden telefonen gespräche geführt ich hatte beiden äh den klingelton an oder vibration ich habe bei beiden über whatsapp geschrieben telegram geschrieben ähm über whatsapp telefoniert über telegram telefoniert sms geschrieben und bekommen mms geschrieben und bekommen ich habe ähm mobile dienste unterwegs angehabt ich habe beide bluetooth und wlan genutzt bluetooth um beide handys mit dem auto zu verbinden weil ich habe ein android autoradio oder halt mit einem anderen android gerät oder android kompatiblen gerät wie headset bluetooth kopfhörer und äh und äh solche sachen benutzt ich hatte beide mit meinem fernseher gekoppelt und hatte auf beiden die samsung tv app oder wie die heißt und konnte von beiden geräten auch fotos videos auf meinem fernseher angucken also vom handy aus auf dem fernseher angucken bei beiden handys hat es geruckelt teilweise wenn es ein längeres video war oder bei fotos wenn man geswiped hat halt hatte war die verbindung ein bisschen lahmarschig das liegt aber nicht an den handys das liegt am fernseher und an der samsung technik mit samsung handys funktioniert es besser also sobald man von samsung weg geht lässt samsung einen das spüren also das hat nichts mit dem handy zu tun äh wie gesagt akkuverbrauch beim hannah habe ich es nicht direkt getestet da bin ich auch so anderthalb tage einen tag oder anderthalb tage bin ich mit hingekommen wie gesagt da gibt es noch keinen dark modus anderthalb tage bin ich mit dem p30 hingekommen wenn es nicht im dark modus war bin ich bis zwei tage hingekommen manchmal auch ein bisschen drüber dann musste ich am zweiten tag bin ich zwei tage hingekommen und am dritten tag vormittag den laden also komplett wirklich zwei nächte zwei tage bin ich hingekommen mit videos angucken nachrichten schreiben alles drum und dran ich habe beim hannah nicht getestet mit der schnell lade funktion inwiefern das funktioniert das war für mich damals eher unwichtig weil ich habe es immer nebenbei geladen beim p30 habe ich es getestet mit einem nicht huawei kabel und an einem normalen usb usb steckdose dran habe ich um die eine stunde 45 46 gebraucht zum laden von komplett null von komplett ich bin jetzt aus bis komplett 100 prozent mit dem original huawei ladekabel und dem original huawei netzadapter also wandadapter habe ich 40 45 minuten gebraucht 43 ein paar zerquetschte waren es das habe ich jetzt so nicht im kopf das habe ich mir aufgeschrieben hatte ich in dem video schon mal gesagt beide smartphones sind wirklich sehr gute smartphones für die die es interessiert der huawei p40 gibt es momentan bei media also deutschland exklusiv nur bei mediamarkt könnt ihr ruhig kaufen da kann man google dienste nachrüsten das funktioniert dann genauso für die leute die google dienste für die wichtig ist der p30 lite wird es in der p30 lite new edition nochmal geben da ist die kamera ein bisschen verbessert also so ist es eigentlich das gleiche bloß ein paar verbesserungen drin und auch android drauf obwohl es ein neues ist weil es ja das alte bloß ein bisschen verbessert vielleicht kommt ja auch noch p30 pro new edition mit noch ein paar mehr features oder so das weiß ich nicht so wollen sie das irgendwie bei den amerikanischen dingern da umgehen die exportzolle und exportzolle die sanktion mal gucken die wir sind ja gerade am einigen vielleicht kommt ja bald wieder google play dienste zurück bei huawei aber wie gesagt beide sind hervorragende telefone sie funktionieren schnell speichern schnell beide haben eine gute gesprächsqualität das einzige manko beim p30 ist hier können wir keine sd karte rein machen wie jetzt hier beim hanner beide haben so usb c beim p30 ist es eine nm karte oder so nm karte ja die soll schneller funktionieren und na egal aber die kostet gleich mal wieder 46 euro für 100 noch was gigabyte oder sowas hat ich weiß es jetzt nicht aus dem kopf nicht finde ich ein bisschen schade wir haben beim 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 hanner wo haben wir denn jetzt ach hier unten war es hier haben wir auch keinen klinkeanschluss wir haben nur den usb c anschluss ja also ist es kein klinkeanschluss vorhanden ihr müsst euch dafür einen adapter holen da gibt es usb c auf klinke bei mir war er nicht mit bei ich weiß nicht ob er im original lieferumfang mit bei ist die macht ihr einfach rein da habt ihr einen usb c und habt dann unten einen klinkeadapter und könnt ein klinkehetzer dran machen das ist kein problem das funktioniert ja wie gesagt beide funktionieren sehr schnell ich habe keine abbrüche gehabt die haben nicht gehakt die haben sich nicht aufgehangen gar nichts also wirklich ich bin mit beiden telefonen wunschlos glücklich was ich euch nur ans herz legen kann egal welche telefon ihr davon holt ob das p30, p30 pro, p30 lite, hana 20, 20 pro egal welches der modellreihen ihr holt ihr müsst unbedingt einen schutz für die kamera holen und einen case damit das dann weil es ist halt wirklich weil die kamera ihr seht ihr das ist wackelig ihr müsst da wirklich aufpassen und ich habe mein hana seht ihr könnt ihr jetzt vielleicht sehen ich habe ich habe extra die schutzfolie noch drauf gelassen ja damit man das so ein bisschen sieht und ich habe es regelmäßig mit bei gehabt also was ich euch wirklich ans herz lege schutzfolie für vorne ich weiß nicht hier kann ich es glaube abziehen ich habe es mir nicht getraut das abzuziehen weil ich Angst hatte dass da dann keine schutzfolie drauf war beim p30 ist so eine so eine schutzfolie von anfang an drauf aber ist nur so eine dünne folie die war beim p10 auch drauf die wird früher oder später abgehen ich habe für das p30 schon schutzfolie hier also das kann ich euch raten wenn ihr das holt holt euch schon vorab schutzfolie für vorne für hinten für die kamera und ein case ich habe jetzt für das p30 habe ich mir so ein case geholt das ist auch ganz gut da kann man dann unterwegs dann das handy auch mal so das ist jetzt so das ist mein erstes von so einer art da kann ich aber auch dann mal ein video angucken und so machen das haut manchmal nicht richtig hin ich weiß nicht ob es beim hanner auch so ist dass es dann auf einmal sagt du bist ja gar nicht da oder ich mache den bildschirm schwarz so wie jetzt und dann muss man es aufwecken nochmal so angucken und dann schnell drehen und hinstellen und nirgendwo mehr rankommen dann funktioniert das auch ist nicht immer aber manchmal habe ich das problem es kann auch mit dem mit dem lichtverhältnis zu tun haben ich weiß es nicht jedenfalls da ist die kamera seht ihr so ein bisschen zurückgesetzt und dann kann ich es auch gerade hinlegen ohne dass es irgendwie an die kamera rankommt oder so ich habe trotzdem den kratzschutz drauf das empfehle ich euch auch hier zum beispiel so eine ganz dünne gummihülle die dann halt identisch ist mit der kamera ja dann ist das ist die kamera identisch mit der hülle dann sicherheitshalber noch das panzerglas drauf vielleicht ein bisschen dicker an der stelle dann kippelt das nicht mehr so und ihr seid hier geschützt und seid hier geschützt das kann ich euch nur raten das ist im gebrauch mir aufgefallen aber wie gesagt beide haben mich nicht im stich gelassen gesprächsqualität super egal ob normal über whatsapp oder telegram weil kommt halt drauf an wie der datenverbrauch ist wenn man unterwegs ist kann nicht leiden die sprächsqualität das hängt dann aber mit dem empfang zusammen und nicht mit dem telefon beide haben sehr schnell updates gemacht ich habe regelmäßig sicherheitsupdates bekommen nicht abgekackt habe ich ja schon gesagt kann man ja nicht auf die nucht sagen ja also ich habe keine negativen punkte festgestellt das einzige wie gesagt mit dem dark modus was ich negativ finde dass das halt beim hannah nicht mit bei ist und das dass der das die farbe nicht so kräftig ist wie beim p30 pro es ist da müssen wir aber abstriche machen wie gesagt hannah ist das tochterunternehmen von huawei das hannah 20 pro ist nicht auf dem gleichen level wie ein huawei p30 pro aber es kommt verdammt nah ran verdammt nah ran also das kann ich nur so sagen der zoom faktor war jetzt den habe ich jetzt nicht großartig getestet bei beiden noch nicht weil ich fotografiere einfach immer nur so rum also ich mache jetzt nicht irgendwie was mit viel zoom nur so vielleicht mal meter einen halben meter ran zoom damit es größer kommt aber sonst habe ich den zoom faktor nicht getestet aber ich bin mit beiden handys sehr zufrieden wenn ihr noch fragen habt zum hannah oder huawei p30 pro einfach mal in die kommentare posten ich werde mein bestes tun euch die frage zu beantworten ähm ich habe das jetzt extra so gemacht weil viele danach gefragt haben nochmal jetzt warum ich jetzt beide miteinander verglichen habe weil viele gefragt haben zum p30 und zum hannah und dann habe ich und dann haben auch viele gefragt vergleich die mal und da habe ich gedacht dann brauche ich doch keinen vergleichstest also keinen hardware sagen hier das und das hat das und so und hier das gleiche und dann nochmal ein drittes video wo ich die beide gegenüber stelle ich denke mal ich sollte eigentlich alles abgedeckt sein für beide handys und ich brauche nicht zu viele videos machen oder ja wo man sagt hätte man auch alles in ehem video packen können ich hoffe ihr seid zufrieden wenn ihr fragen habt wie gesagt zum hannah oder p30 einfach in die kommentare posten ich werde mein bestes tun euch diese fragen zu beantworten ich bin jetzt weg ich wünsche euch was bis zum nächsten mal Ahoi Seid euer Odin